Servus, grüzi und hallo! Diese Begrüßung! Einfach! Nein! Achso, was denn? Was? Achso, was ich grad gesagt hab. Was, du? Ich fahr grad ein Klassnädigter-Pinneln. Du bist ein ganz kleiner Pinnel. Ein richtig kleiner mit richtig analen Barthaaren. Mit richtig analen Barthaaren? Alter. Auf Express, das müsstest du doch eigentlich können, oder? Und vor allem spielen wir gegen den kompletten Clan. Ist das nicht schön? Anale Barthaare? Nein, die hab ich mir heute zum Hitlerbärchen zusammenrasiert. Ist immer noch Bart. Ich weiß, aber trotzdem. Stell dir das mal vor, Hitler bat im Arsch. Alter. Ich will nett wissen, dass du eh noch ein Arsch hast. Oh doch, das... Ich hab mir grad die Skorpion Evo rausgeholt. Ach du Scheiß, ich hab die grad freigeschaltet. Wieso tust du das? Ich weiß es nicht. Also ich mein jetzt, wieso du sie rausholst, nicht wieso du sie freischaltest. Ich mein, das geht ja. Fieser Fettsack, es wurde ein Fehler gemacht. Fieser Fettsack sprengt sich Silber hoch. Ich habe fiesen Fettsack getötet. Und ich habe Winko Muck getötet. Und ich habe Winko Muck schon wieder getötet. Und ich habe Inare getötet. Und ich habe schon wieder Winko Muck getötet. Und ich geh dir tierisch auf den Sack. Das sollst du aber nicht. Will ich aber... Hab ich grad Spaß zu haben. 42! Fack. Ich weiß nicht, wo ich jetzt gerade meine Vorräte hinschmeißen soll. Ich weiß nicht, wo wir spawnen. Oh, sprain for the win, Alter. Ich platziere sie mal dort. Ach, zwei Granaten direkt vor mir, ey. Direkt vor mich, Alter! Alter! Ja, genau. Hm, bitte lasst meine Vorräte, bitte lasst meine Vorräte, bitte lasst meine Vorräte. Ist doch nur eine Fendekladung, aber egal. Sind meine. Yay! Ach toll, da wurde ich weggeschlagen. Äh, weggeschlagen, genau! Weggeschlagen, Junge! Wie macht man eigentlich diesen tollen Boost bei der Fernlenkladung? Hä? Was ist Boost? Ja, man kann die ja irgendwie beschleunigen. Kann man? Ja, kann man. Lol. Aber wie schaltet man den denn ein? Mit Shift ist es nicht. Ja, das hätte mir auch mal jemand sagen müssen, ey. Das steht immer unten links, aber ich bin immer zu langsam, um das zu lesen. Ich hab keine Ahnung. Also, ehrlich nicht, keine Ahnung. Okay. Hm, ich kann's dir auch nicht sagen. Äh, da wurde ich gestickied. Gestickied. Mit, äh, mit der Granade oder mit, äh? Sticky. Hm? Achso, ne. Hä? Also meinst du mit der Armbrust? Ja! Ja, gut. Ja. Sag das doch. Ja, sag ich doch. Er kommt. Er kommt. Ah lol, da kam... Al, alter! Das hier wird doch nicht. Oh no, ich wollte auch noch... Oh fuck, sorry! Was war das denn jetzt? Hahaha! Ich war grad so dabei und ich hab dich für ein Fight gehalten. Sorry. Tja, naja, genau. Ja, ohne Spaß hab ich wirklich. War nicht geplant. Annalabata auch! Ja, genau, die sind aber geplant. Die lass ich mir ja extra wachsen. Drei Tage Bart hab ich hintenrum. Halt ja alle in dieser Vorstellung. Ich hab ne Vollbart. Hahaha! 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 Ich hab ne ganzen Bart im... Backe! Hahaha! Hahaha! Links rasiert, rechts noch nett, gell? Hahaha! Oh lol, da hab ich den Zug schon kommen sehen. Hahaha! Ja, ich auch. Ich wollte den weglaufen. Zum Glück wurde ich davor gekillt. Ich war im Zielen und dann war ich irgendwie nicht mehr so schnell genug da. Wir verlieren B. B? Finde ich gar nicht toll. Was muss ich das verlieren? Bravo wird gesichert. Oh lol, da ist da noch einer! Ich hab doch noch... Arrrr! 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 Ach komm! Wieso denn? Oh, ich hab ja noch ne Drohne. Merk ich grad. Ach, mein Gott bist du einen neuen Schlauben... Ich war doch schon hinter dir! Alter, der fiese Fettsack ist so eine fiese Möp. Alter! Das gibt's doch nicht! Hammer! Okay. Passt doch noch. Wir haben immerhin gesiegt! Camper de Merde. Wieso spielen wir mit Franzosen? Raus! Raus! Raus aus... ...diesem... ...Spiel! Für immer! Wir müssen es verbrennen! Oh! Mimini! Nein, da müsste ich ja... Frau Sack! Mhm. Ja, grad so spiel ich jetzt noch mit dem Franzosen. Okay. Grad so. Ja, das ist schon ganz schwer. Ja, ist doch so. Ja. Wenn die vor allem, wenn die labern, geht mir das tierisch auf den Sack. Aber da ich sowas ja freundlicherweise ausschalte. Oh, fiescher Fettsack! Fress Chips und zock nicht! Äh, ich glaub, der kann das schon multitaskingfähig beides gleich machen. Bada 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 bada! Ach, Manu, ich hab ja keine Granaden mehr. Ja, ficken! Was war das denn? Der Farn-Heli! Ach, das muss man doch dazu schreiben, ey. Da-da-ääh! Ach, komm! Manu! Jetzt, jetzt bin ich ganz doll sauer! Schnappen! Ich mach noch nen Teamkill, gut. Mit der Skorpion geholt! Den Tarn-Heli! Jaap! Gut. Kriegst du... Am Arsch! Dieser Fäcker, dieser scheiß Snoop-Tuber! Schnappskurve! Was? Schnaps-Kurve! Schnaps-Kurve! Ja! Aber nicht jetzt! Ich könnte dich ja jetzt nochmal Teamkillen, dann flieg ich raus! Könnt' ich dich jetzt auch! Ich weiß aber nicht, wie viele Teamkills ich hab! Ich hab ähm... Fast zu viele! Oh, ich hab's geschützt kaputt gemacht, geile Scheiße! Das ist ein Arschloch! Ich hab das schon so angegeltet gehabt, ey! Ja, ich hab ne Granate hingeschmeißt! Alter, was will der denn eigentlich da mit seinem scheiß Granatschmeißer? Ganz im Ernst! Der geht mir ja so oft den Keks! Alter, jetzt wurde... Jetzt wurde ich mit ner Senddex abgeschmissen! Jus, Siki! Das ist ein Witz! Wieso sind da denn immer so wieder? Ich hab den fiesen Fettsack kaputt gemacht! Geht er weg, geht er weg! Geht er weg! Nein! Jetzt hab ich geteamkilled! Zwei... Leute! Wer? Du hast zwei... Du hast zwei Leute geteamkilled! Dich auch noch! Ja, natürlich! Mich auch noch! Wurde aber nur der andere... Alter! Scheiß Tube-Wichser, ey! Gehle! Der Kerl geht mir auch tierisch auf den Wecker! Ah, scheiße! Er steht auf einem Wecker! Ach, Mann, oh! Wieso denn jetzt von hinten? Hm! Wir haben A verloren! Ach, die sind doch... Ja, jetzt wurde ich rausgekickt! Ich zack jetzt hier Knallart weiter, weißt du! Aber da wir in der Aufnahmsdacht... Mano! Ja genau, jetzt komm raus! Sei freundlich! Ich hab aber knapp 4.000 Punkte, obwohl ich grad nix kann! Ja, freu dich deines Lebens! Nagelst dir an die Wand! Mach ein Foto davon und hängst an... ...nagelnd Bildschirme hin oder sonst was! Komm jetzt da raus! Komm jetzt hier dazu! Ich will das jetzt! Und der Eisbier, oh, der ist nur Level 1! Cool! Oh, wie putzig! Der fängt grad erst an zu zocken! Oh! Wo? Wie kann man sich dieses Spiel denn jetzt... ...äh... ...wäh... 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 ...wäh...